Die geben mir ganz schön gut. Ich glaube auch. Ich bin gleich tot. Oh nein, ich bin tot. Boah. Oh nein, ich bin tot. Ich muss hier oben aufpassen. Es sind noch drei. Ja, aber ich bin jetzt tot. Ja, ich habe sie gekriegt von hinten, zu dritt. Du warst eine miserable Schützenhilfe. Ich habe mich um alle in dem Raum gekümmert und auf einmal bin ich tot, weil dann hinter mir drei Leute aufgetaucht sind, die mich eiskalt niedergestreckt haben. Hm, volle Ausrede. Nein, ernsthaft? Da dreht man sich um und streckt die nieder. Ist doch nicht so schwer. Oh, jetzt kannst du nochmal. Diesmal will ich aber mehr Leistung sehen, ja? Definitiv. Du wirst nicht enttäuscht werden. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Alter, ich bin fast tot wegen dieser Explosion da bei mir. Nee, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Hör auf, ihr Schwanz. Pickt euch. Ich habe gesagt, ich will Leistung sehen. Warnung, Zentralventile überlassen. Warnung, Zentralventile überlassen. Nein! Was? Nein! Meine Sniper ist weg. Alter, ich brauche Schützenhilfe. Zu viele. Viel zu viele. Wo ist das nächste Ziel? Alter! Das war's dann, Ruki. Tut mir leid, aber ich muss von dir verschwinden. Wegen dem Blitz kann ich nicht mehr gerade gucken. Da liegt es an dir, Sprengnick-Mut in die Luft. Da bin ich wieder voll, da bin ich super. Aber wir sind nicht mehrikel. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Komm raus, komm raus, kleines! Das ist falsch Sag doch, dass hier noch was fehlt Das ist blöde Feuer Ja, schließt nur, die Tür ist fest Warte, warte, warte Ich hab echt ein Problem Null Leben Und kein Medikit mehr Ja, dann sag mal was du kannst Ich kann mich nicht mehr heilen Ich hab Natürlich renne ich trotzdem vor Ah, wo ist dieses verdammte Feuer Das ist alles ein schlechter Scherz Oh Mann Boah, ist das anstrengend Ja Aber ganz schön action geladen Finde ich irgendwie gut Du weißt Du weißt dass es ynn draußen das war das was wir von oben gesehen haben ja bei fini in der nähe jawohl jetzt gibt's kommt zu feiern das war stress ja das war nicht nur in außenposten das war der bunker von einer anführerin also da gibt es wirklich was zu feiern jetzt will ich nicht so ich trinke ich trinke ein schluck joja da ist er ja so fühle ich mich auch brauchst du hilfe um reinzukommen nein das geht schon hätte nicht gedacht dass du das schaffst du hast heute eine menge leute gerettet vergisst das nicht kannst du mir helfen weißt du es gab einen moment kurz bevor du ankamst ich verlor die hoffnung ich war einfach kein ausweg aber du warst stark und viele gute menschen sind gestorben aber wir alle hier wir leben noch dank dir und ich bin verdammt stolz auf dich und jetzt gehe und finde diesen gottverdammten josef zieht bringen vor gericht oder unter die erde das ist ein befehl der pittier mein ziegel hat geöffnet meine fäde meine fäde sie war nicht die erste wie diesen namen trug aber sie war die hingebungsvollste sie war die hingebungsvollste als sie zu mir kam weil sie wie viele von euch gebrochen verloren verloren ich habe an sie geglaubt und sie wurde engelsgleich perfekt und die sünde haben sie uns weggenommen es ist es ist der glaube der uns zusammen hält ohne sind wir verloren also verlieren wir nie den glauben und jene die uns böses wollen werden leiden und jene die uns böses wollen also ein bisschen tut er mir ja schon weit hu 4.000 dollar haben wir bekommen hier stimmt was nicht was das taus wieder zu das ist doch gut neue spielzeuge für dich ohne spielzeuge flugzeug und ich ich hatte die geschichte noch gar nicht erzählt jetzt mal warten wir mal kurz also es war im eifer des gefechts unten im bunker es war nacht mir war kalt blut überströmt es waren 200 nein es waren 400 gegner drumherum alle schossen mit mgs auf mich Raketen brasselten auf mich nieder da wollte ich das Ventil gerade drehen wie wie der held der geschichte wollte ich das wollte ich das vorletzte Ventil schon mal drehen und es schaffen das ding auszuschalten allerdings lag vor dem Ventil diese waffe ja und er sich eh gedrückt halt hielt hat er meine Sniper wegkommt und das und die waffe hier genommen und die Sniper ist ins tiefe endlose wasser gelandet und versunken das ist nicht gut meine scheiß Sniper ich habe zugesehen wie meine Sniper untergeht nein das war ne ist ja klar dass wir dann verloren haben hm sehr bedauerlich ja jetzt habe ich sie mir wieder geholt das ist gut das ist gut das sind vierte Waffen immer noch gesperrt das ist das für ein Lüge ja gut das sind ja noch zwei Dinger aber als allererstes hole ich mir den zweiten Waffenslot bumm ist er frei jetzt? ja klar jetzt kommt die vierte Waffe ins Spiel ab jetzt geht's ab wo ich mir den ganz unten rechts ist der quasi ich hab doch drei der den vierten ganz unten rechts hab ich doch schon nein sonst hättest du doch vier den Punkt Zusatzholzer habe ich schon lange erworben wo? ja und rechts daneben ist Waffensammler fertig für der Waffenslot nö ist bei mir noch 0 von 1 den habe ich noch nicht wie 0 von 1? ich hab den bekommen ich nicht wieso nicht? weiß ich nicht aber wieso? ich weiß es nicht 0 von 1 Leuten dann steht hier noch aber warum? ich weiß es nicht aber 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 warum? ich weiß es nicht das ist voll gemein welches LMG benutzt du denn so? wie heißt das? M60 hm ok ich hab nicht genug Geld ja ich gebe jetzt eigentlich alles wieder aus um meinen Scheiß aufzufüllen nach der Mission wurde doch alles ausgefüllt von den Verbaus Items es ist unfair es ist unfair warum bei dir und bei mir nicht? keine Ahnung es hasst mich egal Ja ja schon es ist bei dir Ich hasse es. Warum? Was? Es gibt ja die P08, die kurze, und dann gibt es noch die lange Version. Ja. Ich sehe gerade, bei der langen hätte ich ein Visier draufschrauben können. Ja, siehst du. Bei der Waffenauswahl, die... Ich habe kein Geld mehr dafür. Die anklickst und tabt drückst, dann siehst du, was du da machen kannst. Dann gehen wir jagen. Na, scheiß unterwegs. Na, ist egal. Ich muss auch noch ein bisschen was jagen. Ah, das ärgert mich. Warum will ich denn den Waffenslot nicht? Kann es sein, weil ich den letzten Schuss vielleicht gemacht... Ne, du hast den letzten Schuss sogar gemacht. Deswegen verstehe ich das nicht. Stimmt. Weil ich habe gerade nachgeladen, bevor sie gestorben ist. Gut, vielleicht ist das was, was es nicht mit übernimmt, dass ich das bei mir machen muss. Hm. Das kann auch nicht sein. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, wenn ich in Singleplayer gehe, habe ich nicht den Fortschritt, den wir hier haben. Ja. Also meine Ausrüstung ist gleich, aber die Welt nicht. Also wir haben noch sieben Schreine, zwei Außenposten, zwei Spezialisten und 21 Aufträge auf diesem Inselteil. Aha. Ne, damit du Bescheid weißt, das haben wir noch zu klären, bevor wir dann zur nächsten Insel gehen eigentlich, oder? Ja. Ähm. Wo gehen wir denn am besten jagen? Hm, was bringt denn viel? Puma und Wolf. Rollen wir uns. Pumas und Wölfe. Keine Ahnung, wo es Wölfe geht. Wo gibt es denn Pumas? Die hatte ich aber reichlich gesehen. Wo war das? Ja. Ah ja, genau. Äh, dann gehen wir... Oh ja. Ooh, Oh ja. Hmm, Wo ist jetzt auch mal so?